So, ich wurde eben unterbrochen, aber es geht schon wieder weiter. Aha. Aha, okay, nichts. Moment, bevor wir aber diesen Zettel nehmen. Okay, wir nehmen ihn. If you are searching the key, it's in the piano. So, bist du das nicht heißen, if you are searching for the key. Ich habe keine Ahnung. If you are searching for the key. Doch, 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 doch. In dem Fall heißt ja, fordere nicht für, ne? Ich will irgendwie gar nicht rein. Na, scheiße, schlüssel war genau dafür. What? The fuck? Oh, das Ding macht mir Angst. Oh, ich habe Angst, dass mir das irgendwie ins Gesicht springt. Ja, back dich einfach da hinten ein. So ist gut. Kommt da gar nicht mehr raus. So gefällst du... Oh, shit. Oh, das Ding macht mir irgendwie volle Angst. Ich meine, es ist verdammt groß. Oh, oh, fuck, 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 oh, fuck. Oh, fuck, 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 oh Es ist, glaube ich, immer noch da. Oh, ich hasse Spinnen. Wie? Wie, Geekschwein, kann dafür nicht verwendet werden? Ach, fuck. Wahrscheinlich für die Tür. Du wirst mich eh nicht sehen. Wie? Auch nicht dafür. Hä? Wofür denn dann? Ja, genau. Es steht genau im Weg. Ist ja... Moment. Und das Teil wird raus. Oh. Ich glaube es nicht. Hier ist doch gar keine scheiß Tür, wenn die irgendwie eine Schlüssel braucht. Also, wenn ich die Schlüssel verwenden könnte. Oh. Oh. Gott sei Dank. Wie? Der muss wahrscheinlich noch irgendwo schütten. Ja, geht doch. Bam. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Jawohl. Oh. Schön hell. Was haben wir denn da drin? Noch eine Truhe. Und da ist ein Schlüssel drin. Ich glaube, damit soll sogar das dargestellt werden, was ich denke, das dargestellt werden soll. Ja. Ich hoffe mal, das sperrt YouTube nicht. Ne? Irgendwie. Ihr versteht warum? Aber nein, YouTube ist YouTube. Das wird's schon nicht sperren. Boah. Oh fuck. Ja, das war's. Fail. So, dass ich aufgeben. Ja. Oh. Wo sind wir? Okay, wir sind da. Okay. Diesmal schaffen wir's. Oh Gott sei Dank. Find ich aber cool, dass die, äh, Gegner nicht respawned werden. Ah, das ist ein Zettel. If you forgot the key, it's laying next door of this room. Hä? Moment, Moment. Hä? Sie ist die Kunde. So. If you forgot the key, it's laying next to the door of this room. Okay. Dann müssen wir auch zurück. Nee, da, da, da liegt der scheiß Schlüssel. Ich glaub's nicht. Mir hat dieses Geräusch überhaupt nicht gefallen. So. Geht doch. Jawohl. Jawohl. Oh, ich mag so custom stories, die einfach nur zum Erschrecken da sind und überhaupt keine Story hinterhalten. Ja gut, das heißt überhaupt keine. Das kann man aber fast keine Story nennen. Oh. Oh. Okay. Do you want to know the secret of this house? Klar, warum nicht? Das sieht doch aus, als ob man das irgendwie wegnehmen könnte. Ja, oder auch nicht. Du bist hässlich. So. Ähm. So. Woher auch immer die Blutflecken kommen sollen. Wie? Wahrscheinlich liegt hier irgendwo ein Scheiß-Schlüssel. Nein. Du kannst mich aber auch nicht bewegen, so ist es nicht, ne? Oh Gott. Oh fuck. Okay, der sieht so... Der sieht... Der sieht cool aus. Also die Position sieht ziemlich cool aus. Kennen wir schon? Naja. Kein Kommentar. So. Zerbraucht noch Teller. Nicht. Mir geht nicht zu. Und nochmal, zerbraucht noch Teller. Aha. Äh ja, da ist also nichts. Ah. Oh. Oh. Fuck. Ah. Ah. Ich kann eine Bonus-Bloch riechen. Ich kann eine Bonus-Bloch riechen. Okay, welcher wird wohl der Bonus-Bloch riechen sein? So. Ja. Schlüssel. Genau. Ich werfe das Schweinchen jetzt hoch und... da, wo die Nase hin zeigt, da gehen wir hin. Okay, die Nase zeigt in diese Richtung. Also wir werden... diesen Raum benutzen. So. Okay, here it is. Pick up so many items you want, but if you pick up one of the three fake items, all the other stuff will disappear. Damn it. So, du penis. Also, da komm mal her. Fuck, 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 fuck. Okay. Oh, shit. Jawohl. Bam. Wir sind frei. Boah, dieses Licht. Wundervoll. If you read this, you escape from the House of Creepery. Well done. You can now finish. You can now finish. But are you ready for House of Creepery? Ja, aber natürlich bin ich dafür bereit. Und, äh, ich glaube, langsam, das ist, ich weiß, ich habe mich nicht über den Hersteller der Custard story informiert, aber ich glaube, das ist ein Deutscher. Weil, naja, you can now finish ist irgendwie grammatikalisch falsch. Das müsste, so wie ich denke, you can finish now bedeuten. Ja. Oder? You can now finish. You can finish now. You can now finish. Oder nein. We're done. Now you can finish. Ja, eben. Now you can finish. Nicht, you can finish. Now, oder you can now finish. Äh. Now you can finish. Egal. Äh, das war's, Leute. Mit, äh, House of Creep 2. Wir werden uns dann bei House of Creep 3 wiedersehen. Äh, bis dahin.